Wer die jetzt in so einem Moment abrufbar? Ich kann es versuchen. Okay. Mia, guck mal hier hin. Hier hin. Also ich will nicht gehässig werden, aber selbst in der Situation, wo gar nichts los ist, kann man jetzt nicht sagen, dass der Hund in irgendeiner Weise erzogen sei. Okay. Also da ist ja jetzt gar nichts los. Gar nichts. Die guckt einfach doof in der Gegend rum und selbst auf so eine kurze Distanz ist abrufen nicht drin. Okay. Weil zu Hause hatte ich so verstanden, Hundeschule haben wir schon mal gemacht. Hallo. Okay. Passiv teilgenommen? Nein, aktiv. Okay. War stets bemüht, war so die Abteilung. Nein. Doch, weil es ist komplett unerzogen. Ich weiß, ich weiß, aber es hat wirklich, es hat alles wunderbar funktioniert, bis ich einfach auch den Moment meiner Schwangerschaft hatte, wo ich einfach auch nicht mehr konnte. Okay. Und ja. Was würden Sie jetzt machen? Jetzt steht die ja schon drei Minuten da doof rum und macht gar nichts. Das ist richtig. Nein, ich würde natürlich jetzt schon irgendwie ein Stück auf Sie zugehen und Sie schon noch mal wieder rufen. Warum drauf zu? Ja, gute Frage. Können Sie mir einen Gefallen tun? Einfach einmal weggehen und nichts sagen? Ja. Und wenn Sie dann sich bequemt, noch mal kurz anleihen, bitte. Ja. Natürlich bin ich wegen einer anderen Problematik hier. Eigentlich bin ich hier, weil ein Hund unterwegs zwanghaft Köttel verspeist. Aber nichtsdestotrotz muss ich mir auch ein Bild machen, wie ist denn so der Gesamtzustand. Und der Gesamtzustand ist auf Erziehungsbasis extrem schlecht. Kannst du es nicht?